Bei mir der Markus von Alpcon. Markus, erklären Sie kurz, was machst du genau? Ich arbeite mit internationalen Sportfilmproduktionen zusammen aus den Bereichen Freeriden, Downhillen und Klettern und veranstalte eine Kinotour in Österreich, das nennt sich Alpcon Cinema Tour, wo ich die internationalen, ich behaupte, besten Filmproduktionen vorstelle, wie Deton, Gravity Research, Mastic Productions, Posing Productions, Switchback Entertainment, könnt ihr noch einige aufzählen, das sind alles Produktionen, die Awardsieger auf diversen Filmfestivals sind, seit Jahren schon. Und da um diese Szene herum einfach ein Hype in den letzten Jahren entstanden ist, möchte ich das einfach noch mehr Buschen und Publikum machen und arbeite mit Programmkinos zusammen und stelle eben diese Filme vor. Für die Vorstellungen im Metropolkino und auf der Alpinmesse gibt es sechs mal zwei Karten zu gewinnen. Markus, wie lautet die Gewinnspielfrage? Da es sich bei dem ganzen Programm um feurige Filme handelt, lautet die Gewinnspielfrage wie viele Explosionen gibt es im Tourtrailer? Outro Wort Lukat Kaun Untertitelung des ZDF, 2020